Hi! So, ich habe ihm gerade gesagt, dass ich ihn gerade auf die falsche Fährte gelangt habe. Arschloch! Get down! Geh doch einfach ran, dann bist du ja fertig! Ich bin gut, Hermes! Ich will sie nicht sein! Ich habe ja eben genug Missiles, du kannst mit dem Wumballer wie du willst. Ich will am breitesten kommen, um ins Wasser zu müssen. Warum baile ich nochmal den Corruption der Ice Beam oder Ice Missile? Weil du da generell wenig Beam Upgrades bekommen hast. Du hast bloß den Plasma Beam und den Omega Beam bekommen. Omega Beam? Omega Beam? Das war so Raid Beam Ersatz, oder? Nee, der hat... Ja... Jein! Was ist denn jetzt? Also, der konnte durch Versohnen oder Versied schießen. Also Raid Beam Ersatz! Und war Ultreis! So... So geht's noch zu Eis, ein bisschen von Ventraler. Aber... Fakt Tempel! Artefakt! Okay... Also... Da ist das erstmal... Go! 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 Power Rangers! Was? Keine Ahnung. Letztendlich fragt mein Kopf nicht. Sooo... Der hat keinen Special-Effekt. Der hat keinen Special-Effekt. Ob ich so lange das zu Ridley schaffen? Zu Ridley? Ja. Ja? Warum zu Ridley? Was ist hier denn Ridley jetzt? Wir werden heute auf jeden Fall noch nicht zu Ridley schaffen. Wenn du Half-Beatbolt aktivierst... Da... Hier ist ein Ufo. Ja... Das hab ich auch grad wieder so... Hey, da war ja was, ne? Geh weg! Du hast den Tod verdient. Wie er dich benutzt hat? Warum schießt du nicht einfach? Das ist eine Super-Misse. Hab ich doch gerade! Ich sagte auf ihn, nicht neben ihn. Muss hier zu geflogen. Da ist er auf seinen Kopf abgebrannt. Ich dachte, man könnte im Super-Misse als Köln. Das ist eine Misserl. Das ist eine Energie. Das ist eine Energie verloren. Ja, und das ist eine 100er Energie. Die Schäde Wischerl. Ich gloriere sie. Ich gloriere sie. Ich gloriere sie. Ja, ich komm da nicht hin. Warum? Weil wir da erst einen Grappling-Beam brauchen. Was? Grappling-Beam. Was meinst du? Was siehst du denn? Wenn wir da erst einen Grappling-Beam brauchen. Wenn wir da hingehen. Wo ist das für ein Containerl? Genau. Hier braucht man einen Grappling-Beam. Dann kommen wir da hin. Dann kommen wir hier raus. Dann kommen wir erst mit dem Grappling-Beam. Wie gesagt, dass du da hin sollst? Ich habe gesagt, ignoriere die Gegner. Du hast gesagt, hey, das ist ein Misserl-Container. Ignorier sie. Ich habe die Gegner danach gemeint, die dich angegriffen haben. Nein. Was ist das? Schluzelgeister. Warum? Zenex. Warum warst du hier Schluzelgeister? Jetzt haben wir übrigens über ein paar Schluzelgeister vorgeschaltet. Ich weiß. Wolltest du das Spring and Green machen? Warum? Ich weiß nicht. Warum tust du zwischen seinen Beinen ein Bein? Der Balls of Steel. Auch. Du bist nicht Duke Nukem. Wo ist halt richtig? Wohin gehe ich denn? Der ist Sonnenhof. War da etwas besonderes? Ja, der ist ein Artefakt dann. Aber... Wir müssen da rennen. Durch. Go, go, Power Rangers! Wir werden eigentlich nicht da lang. Wohin will ich das? Da will ich hin. Hier will ich hin. Einer sitzt im Spiegelbecken und einmal zum... Wo haben wir das? Wadda. Hier. Hier. Halleluja. Let's go. Let's go. Let's go. Wir sind übrigens gar nicht so schlimm. Wir sind übrigens gar nicht so schlimm. Wir haben sie ignoriert. Wir haben mich kein einziges Mal getroffen. Tut. Auf geht's. Oh. Der Herrbrill ist... Hallo. Rauf. Irgendwie hast du jetzt gerade die Ladepart, oder? Ja. Was war das gerade für ein Versuch? Ja. Chozo Action! Hast du eigentlich das Gen schon? Ja. Okay. Den ersten. Das ist eine andere Seite. Maybe behind you? Der hat mir gerade Schaden gemacht, obwohl er gerade gestorben wäre. Ist doch schön. Kann man auch Geister töten. Vendizium. Vendizium war Powerbomb, glaube ich. Ja? Ja. Ich schlag der Powerbomb aus. Ja. Was ist denn nicht gut? Ja. Das ist ein Problem. Schade. Da kommt der Rambline Von da kommst du den Rambline Stimmt, das ist so ein Verbindungskern Ja Ja Dort hin, genau Das ist so in der Halle Aber Wir lassen uns wieder ein bisschen beschweißen, oder? Genau Ach, fuck off Meine Fresse Weil die auch jedes Mal kommen müssen Kannst du ja von hier unten aus den Eichholt aktivieren? Ja, aber ich muss ja mit der Bombe rein Ja, ich wollte es jetzt sagen, muss ich ja reinbomben Geht's halt Ist ja gut ausgewischt Alter Ist das noch nicht der passende Ähm Ähm Ja, ich hab übrigens gemerkt Hier ist ein Missile Depot Hast du das hier schonmal gesagt? Ja, aber das war noch nicht in In der Aufnahme Schnell die Missiles nochmal auftanken Ja Da 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 Hast du noch 50 Stück Geburtsage? Ähhh Ich hätte jetzt gekotzt, wenn wir hierher zu Hause kommen wären Ich will schon den Raum nicht verlaschen. Oh, Kampfmolder. Ein neuer Weg hat sich geöffnet. Warum hat sie in seinem Arm gelandet? Da ist die Erfindung übrigens ziemlich bescheuert aus. Hm? Da ist die Erfindung übrigens ziemlich bescheuert aus. Kannst du mal da reinspringen? Ja. Jetzt sind wir uns noch für viele Tanks, oder? So, ähm... Ja. Ja, und ich nehme ihn noch hin. Genau. Oder sind es doch für die Tanksdienste? Nur drei. Ich weiß es überhaupt nicht. Ja. 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 Die ist ja nicht. Ja, dann kommen wir jetzt südlich. Nein. Italia. Italia. There is an enemy. Behind the doors. Bist du leu? Wir haben ja noch nicht. Sind die so kälteempfindlich. Warum? Kein Schuss, die kaputt. Ich glaube, du hast halt gespürt. Genau. Genau. Da ist ein bisschen cool geworden. Ich glaube, du bist. Und jetzt schon. Haaa. Du hast ja was auf den Arsch bekommen. Anspruch. Du hast die Pflanzenwelt hier ausrotten. Dann... War es ein Fail? Ja. Ja. Der weiß nicht wo lang? Doch, ich weiß wo lang. Mit dem Format muss das nächste Ziel. Achso. Alles einfrieren? Ja. Ja. Genau. Oh, jeder. Das ist schon so. So. Ich ruhe jetzt schnell zum... östlichen Teil. Mhm. Das geht dann zum nächsten Mal. Wie geht das Ding raus? Ach. Wie geht das Ding raus? Ach. Das geht dann zum nächsten Mal. Das geht dann zum nächsten Mal. Zu der dort sind, wo wir gestartet sind. Ja? Da wo wir den Part gestartet haben. Okay. Cool. Wo war das? Bei der Fregatte. Achso. Ich habe jetzt 16 Minuten verbraucht um einen Energietank zu holen. Zwei Wege, die wo blockiert werden und... ...einen Mistletank. Wo wir vorher schon holen hätten können. Die Klasse ist wie mein Part. Hm? Die Klasse ist wie mein Part. Ja. Ja. Haben wir die Pilzer eigentlich schon... Hauptsache kommen wir in den nächsten Boss geht. Der türkische Glamling. Der türkische? Äh, türkische. Hast du halt echt türkische gesagt? Ja. Warum? Ja. Gut abgetan. Mal gucken. Was macht ihr hier? Aber wer macht den Gravity Boss? Hm. Es gibt keinen Gravity Boss. Nichts? Was? Ich sag, hast du nachgeschoben? Ja. Okay. Ja. Soll es einen Gravity Boss geben? Ja. Ja. Wie die Pflanze den war. Oder wie die Pflanze den war? Oder wie die Pflanze den war? Was? Ja. Gut so. Okay. So. Dann gab es hier den... kids. Das ist ein Kollege Junior für mich. Wie immer- Fucking coconut macht. Genau. Ich so sage einfach... Das ist ja kohli. Ja. footилось dann. Luftlevel ist dort. AI K Lara, ja. Deep Copper bracket die ich weiß nicht was mir schaden gemacht hat Pflanze? Glas? Was zum Griffen? Schon richtig, oder? Ja. Wir haben ja nicht gescanteriert. Müssen wir nicht scannen. Ja, aber... Sonst hätten wir auch jeden Scheiß. Also, ich. Ja, du. Jetzt kennen wir das Wichtige. Magma. Wie spröhn hier. Mehl an, man. Die Tomatenkernanlage. Ja, da kommen wir mal wieder. Schuhe? Sind wir da noch nicht weiter gegangen. Lagerpumpenbecken. Du hast die... Ach ne, da sind wir regekommen. Komplett gemacht. Das... Da hab ich den... ersten Part von mir heute gestartet. Entschuldigung. Müssen wir nicht... In den Dings... In die Heißwüste? Ja, aber ich will jetzt nicht... Ja. Die... Die will ich haben. Das war jetzt die drüge Stunde, oder? Oh mein Gott. Ich reine. Hebe sie auf. Was? Hebe sie auf. Ich doch nicht. Oh mein Gott. Ich reine. Ich reine. Ja. Vor allem, du willst dich einfach ganz so weiter von durchstehen. Hm? Und du willst dich nicht einfach so wieder durchstehen. Nein. Ich kriegst reiztun noch schreien. Hä? Ich kriegst reiztun noch schreien. Ja, aber... Du willst immer langscht. Ja, dann schneller. Ja. Ja. Oh! Machinen. Gewehren sind ausgeschaltet. Stopp mitgöner. Abhin. Das war ein Fail. Du, 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 du. Das ist ein bisschen zu fangen. 3, 4, 4 noch oder? 8, 2, 2 1, 2 Oh Leute, es begann Hau an Warum machst du ihn böse? Ist er richtig? Nö You are wrong Hm? Was? Ist noch irgendwo im Alter Nein Achja, das war in alles eingekommen Nein, das war dein Miniboss Achso Von den Weichbünen Den du besiegt hast Ok Ich bin aber jetzt ganz umsatz noch geklettert Ja Maybe Warte, hier waren noch Was suchst du? Was suchst du? Hier waren die Eis-Sturz-Sieker Ja Ja Genau nur Ja Ich hab genau nur Warte denn die Pirates? Deine! Machst du? Ich bin fest Wegen mir oder was? Nein Ich hab doch gar nichts Ich hab doch gar nichts Jetzt können wir hier abkürzen Die Scheiße können wir machen Schöne Schöne Sie Schöne Ich hab vor Ich hab Warte Ich bin Warum ist das gerückt? Ey, f***ing kidding me. Hast du dich verlaufen? Ich bin wahrscheinlich nicht gegangen. Aber ich glaube nicht, oder? Du bleibst zwei Minuten vor jeder Tür stehen und schaust dich erst mal um. Na und? Gehst du weg? Hast du sie gescannt? Die hatten wir schon. Was suchst du überhaupt? Ich versuche dich jetzt nochmal durch den ganzen dunklen Weg zu gehen. Äh, führen. Bevor ich wieder übergeben muss. Don't run into the enemy. Oh no. Oh no. Oh no. Oh, we were mal so. Ich sch ekse, für Twitter. Oh, Oh, was das? Ja, ich weiß. Du musst aber. Nein, muss ich. Anmeldung nervt. Nicht auf der Anmeldung sein. Muss ich nicht. Zufrieden? Arschblitze. Er darf nicht zu stoppen. Er darf nicht zu stoppen. So, erstmal wieder. Aufladen! Das sind solche Sniper? Ganz ehrlich. Was? Das sind solche Sniper? Ja. Sonst kann ich einen Headshot machen, der ich ihn zum kill sein ist gut. Was wärst du auf einen Medtour, das Insta-Kill-Dinger geben würde? Gibt's einen Krampers. Gibt's den Imperialist. Wenn der Kopfschuss macht, dann macht er 200 Schaden. Wie viel? 200. Aber da ist kein Insta-Kill. Ja. Nee. Im Multiplierer. Warum? Die ist ja kein Energy-Tex oder was? Hm? Die ist ja kein Energy-Tex oder was? Nee, das ist ein PvP. Das ist ein ganz normales, ich sag mal, COD. Was? 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 Ja. So, bis zum nächsten Part. Ciao.